Jetzt zu zwei weiteren Pianisten, nämlich zu Oskar Peterson und Ahmad Jamal. Zunächst zu Oskar Peterson, einer der erfolgreichsten Jazzpianisten aller Zeiten, kann man sagen, weil er wirklich tausende von Konzerten gegeben hat, auch, ich glaube, über 200 Alben eingespielt und einer der Pianisten war, die wirklich ein phänomenales technisches Können hatten. Und ja, dann zu Ahmad Jamal, der wiederum war so eher ein bisschen das Gegenteil. Der hatte zwar auch die Technik drauf wie Oskar, aber er wollte sie nie zeigen. Man hat ihn auch mal den Meister der Ökonomie genannt. Und von Oskar Peterson hören wir jetzt eine Eigenkomposition von ihm selbst, nämlich Blues for Smedley und anschließend Galen Calico im Stile von Ahmad Jamal. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020